A11 mich jetzt vielleicht sag da was Neokie heute machen wir wieder eine challenge es hat leider keiner waren sind die Kommentare geschrieben er hatte ich guck mal nach also man sieht es Nein, es hat keiner eine Challenge reingeschrieben. Ja, heute mache ich einfach die Challenge vom letzten Mal. Ich muss jetzt die ganze Zeit chittern. Und ihr hört, wie ich chittern. Ich habe jetzt keine Sounds. So. So, erster Druck kommt. Hopp. Ich glaube, die Map, die kenne ich noch gar nicht, Leute. Er weiß, er weiß. So, wollen wir mal gucken. Der eine schreibt schon, die nice Map. Weiß ich nicht. Alle da hinten sind schon. Na, bau, können. Willi Helm. Ich bräuchte mal einen Helm. Hallo. Bitte. Oder hat die bessere Hose, weil schlachst du immer ohne Hose? Oh, du bist du. 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 Oh. Danke dafür, ein Blal. Ich war jetzt ganz schön der... Jetzt schon. Gut. Oh, wie unverschämt. Fick dich. Nee. 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 Ey, verpiss dich. Ey. 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 Junge. Das ist ja jetzt wohl nicht euer Ernst, oder? Jo, wahrscheinlich. LGV, bitte. Oh, gewonnen. Easy. Easy. Nein, nein, nein. Chili. Ja. Ja. Gewonnen. Easy. Oh, das war schon der Leecher, ey. Ponzius Pilatus, komm wieder her. Ja. Oh, ich hab wiederkommen. Leute. Wie geht's? Gut. Was ist das? Ich weiß, Bokit. Och, was ist das? Das ist kein Kit, das ist ein Zustand. Ma! Oh, 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 oh. Ja! Wuhu. Sehr gut, Leute. Ich glaube, dann beenden wir auch wieder mal das Video. Oh! Olaf Schlierbach macht die Hacks aus. Nö. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt immer noch mal Challenges in die Kommentare. Tobi, willst du noch was sagen? Mann, tschüss.